Siddha Samadhi Asana, wörtlich die Stellung des vollkommenen Samadhis, ist ein Asana, welches manche Yogis in Indien einnehmen, um darin längere Zeit zu verharren, sich sogar darin verbuddeln zu lassen. Die Stellung geht wie folgt. Aus der Sitzhaltung heraus, gib die Fußsohlen zusammen. Halte dabei die Fußsohlen leicht auseinander, den oberen Teil. Dann gib die Unterarme unter den Schienbeinen hindurch, die Handflächen nach oben. Dann beuge dich nach vorne und bringe die Nase auf den Boden und idealerweise die Zehenspitzen an die Kehle. Dann schaue zur Nasenspitze hin. Diese Stellung ist sehr kompakt und sie kann in dir so eine Art Winterschlafreflex auslösen, wenn du noch spezielle Pranayamas üben kannst. Es gibt einige indische Yogis, die in der Lage sind, so mehrere Stunden nahezu ohne zu atmen zu leben. Das geht entweder in Siddha Samadhi Asana oder eben auch in Yoga Nidrasana oder einer anderen Stellung. Das ist die Fähigkeit, den Metabolismus so weit zu beruhigen, dass es wie in einer Art Winterschlaf ist und manche haben sich auch schon unter wissenschaftlichen Bedingungen in einen Glaskasten begeben, wo keine Sauerstoffzufuhr ist und dort zwei bis drei Stunden in dieser Stellung verharrt. Also Siddha Samadhi Asana. Übrigens, du brauchst jetzt keine Sorgen zu haben, dass du versehentlich in Samadhi hier hineinrutschst. Also in dieser Winterschlaf-Samadhi, der auch Jada Samadhi bezeichnet wird. Aber du kannst davon ausgehen, wenn du die Stellung längere Zeit hältst, dein Geist wird ruhig. Er wird ganz entspannt und du kannst so einen Zustand absoluter Ruhe genießen. Und das ist der wichtigere Aspekt von Siddha Samadhi Asana, eine Stellung, um die tiefe Ruhe zu bekommen. Mit Übungen ist es übrigens besonders hilfreich, die Zehen auch an die Kehle zu bekommen, um so an Kanta Kupa etwas zu machen. Das, was hilft, nämlich alle Gier, Getriebenheit, jede Form von Hunger und Durst zu beseitigen.